Du musst jetzt synchronisieren, wie alt das ist. Und, brauch mal ein kleines bisschen. Oh, guck mal, was ist das für ein Federklein da hinten drauf? Das sieht total schön aus. Das ist bestimmt ein Männchen. Und man sieht immer nur einen Fuß voll. Gleich wuscht es an uns vorbei, könnte ich wickeln. Nee, mach es nicht. Wir sind schon zu Baum geworden. Das hat sich schon an unsere Beine gewöhnt. Sprechende Bäume. Mann, sind die zahme. Na, jetzt, jetzt, ja, ja. Oh, die können, die können ja, wenn sie wollen, können sie sich mal ein Beispiel nehmen. Oh, das ist süß. Ich möchte so eins in meinem Zimmer haben. Das pickt hier dann immer die ganzen alten Haundschuppen runter. Und holt hier alle Schaben aus den Ecken. Reinigt die zugeputzten Ecken und so. Diese Silberfische magst du bestimmt auch. So ein Allround-Huhn. Hier auch. Vielen Dank.